Hallihallo Leute! Du bist hier bei Lentedzog Mein Spitzname lautet Lented Und ich spiele heute Battlefield 3 im Multiplayer Und immer wieder mein Lieblingsmodus Waffenmeister Ja, wir haben unseren ersten Gegner getötet Oh, da hab ich gedacht, der wär schon tot Der hat natürlich abgesorgen Hilfe! 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 Jetzt die Waffe Hilfe! Hilfe! Ich richte mich vor und dann kommt wieder vom hinten rein Okay, hier geht's ... Ja, manchmal verliert man echt die Orientierung Ich habe einen feindlichen Soldaten auf dem Weg und es ist over. Jetzt haben wir ja irgendeine Schuttgart. Das Name ich nicht kenne. Achso, jetzt haben wir ja irgendeine Schuttgart. Oh, ich bin mit 13 Prozent. Da werden wir geholt. Und wir schleicht mal ein bisschen. Geht es auch zur Sache. Aber wir haben ja keine Augen. Und das ist wieder die beste Spawnstelle ever. Und unten in der Tiefgarage. So. 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 Da hat jemand die PDWR. Na die, ja stimmt, die haben wir auch. So. 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 Ja, wir sind wieder Arsch der Welt hier auf dieser Webberie. Und ich sehe nirgends wo Gegner. Wo sind die Gegner? Ich finde sie nicht. Wenn ich diese Globwaffe weg kann. Kuckuck. Oh. Death Rose. So. Okay. Ach Ambo. Da war er. Ich dachte da stand irgendwie da hinten. Macht sonst was. So. Ja, wir haben schon die Hälfte der Levels geschafft. So richtig komme ich nicht so aus dem Knick. Ja, wo kam das jetzt her? Ach, der hat mich jetzt erschreckt. Ja. Immer spawnen hier in der komischen Tiefgarage. Die keinen Schwein braucht. So. Jetzt komme ich aber wirklich hier unten hoch. Weil ich nämlich noch nicht 0% habe. Und dann kann der Gegner machen was er will. Ich sterbe so oder so. So was liebe ich. Wenn man nicht weiß ob der Gegner vorhin ist. Hinter einen. Und jemand hat schon das vorletzte Level erreicht. Level 11. Die Musik wird schon ganz bedrohlich. Ganz, ganz, ganz bedrohlich. Ganz, ganz, ganz bedrohlich. So. Du Face Bitch. Boah, der hat ja... Gehen wir nach. Die schnapp ich mir jetzt. Ah, der ist schon tot. Ob das den Raketen wirft. Gibt, hätte ich nicht gedacht. Wir sind wieder einmal... ...in der Tiefgarage rum. Boah. Dann renn ich lieber schon mal hier weg. Und da war mein Magazin leer. Gleich ist die Spielzeit. Es hat... ...jemand... ...Level 12 erreicht. Und da konnten wir noch den Gegner eliminieren. Oh, schön. Noch einen Hilfe bei Kill. Boah. Sniper-Rifle-Action. Wenn ich nicht weiß, was Sniper-Rifle ist. Und da wurde jemand gemessert. Und ich wurde dritter sogar. Obwohl ich eigentlich immer um den vierten Platz gekämpft habe. Ja, die Runde ist zu Ende. Ihr seht, ich habe eigentlich ganz gut gespielt. Und ganz gut gewonnen mit meiner 20... ...2016... ...Stats. Ja, die Runde ist zu Ende. Das Video geht auch langsam zu Ende. Ich würde mich freuen, wenn du mein Video... ...wenn du da einen Kommentar schreiben würdest. Wenn du ein Like geben würdest. Oder wenn du meinen Kanal abonnieren würdest. Ich verabschiede mich mit den Worten. Auf Wiedersehen.